Prozent ich kann sich höchstens die Spitze durch doch nicht in den Kuli stecken Schildkulti Rossi Rossi und Sportwagen ist durch der Wagen ist durch das ist er warten sie immer noch auf den Kleinbus ihrer Freunde wir haben sie sollten allerdings jeden Moment hier sein eigentlich müsste ich drehen wollen sie uns nicht danke aber schade die Frage die Frage klingt wirklich seltsam hab ich mir Bein ich bin mal kurz schade so wunderbar hier sollte einer der gesuchten Steine aus der Kapellenruhe wie so einer das macht doch auch überhaupt gar keinen Sinn eigentlich wenn man es aus Steinen irgendwas neu baut dann guckt man doch so ein bisschen und da würde ein blauer Stein schon auffallen und zweitens wieso sollte eigentlich überall ein Stein verbaut sein wieso sind die Steine nicht irgendwie an einem Ort verbaut zum Beispiel nur an der Metro oder so würde ja eigentlich viel mehr Sinn machen hier sollte hier sollte äh Gefängnis Zoo der Zoo hat noch nicht offen der Zoo hat noch Police Mülleimer egal was da drin sein mag ich fass nicht rein und damit hier ja keiner auf dumme Ideen kommt ha 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 wunderschön ein Bild der französische Staatspräsident mit seinem fotogensten Lächeln Waffenschrank MGs Handgranaten Maschinenpistolen und jede Menge Munition scheint hier keine besonders ruhige und friedliche Gegend zu sein die Pflaster von äh ich wollte schon Berlin sagen weil Berlin hier einfach besser passt als Paris so als Assi mittelmäßig schön mittelmäßig alt mittelmäßig alles in allem ziemlich mittelmäßig bla bla wenig los hier ja und hoffentlich bleibt das auch so wenig los ja ja ups wenn ich mir da jetzt ein paar Waffen rausnehme muss jetzt hab ich Schluck auf äh Pinnwand Zelle ist ein sehr großes Gefängnis die Zelle ist zu und eine Ausnüchterungszelle eine Ausnüchterung ja okay sehr viele Möglichkeiten haben wir guck mal kann ich eventuell eine Zelle aufbrechen ja damit ließe sich das Schlüsselloch der Tür durchaus verstopfen das würde allerdings auch sofort auffallen und man könnte das Schlüsselloch ganz und was würde das überhaupt bringen ich besteche die geht auch nicht äh ja damit ließe sich der Schlüssel bla 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 hä hä wieso ist hier die Polizistin das macht überhaupt keine Sinn und hier gibt es auch nicht wirklich viel Hallo ich hätte ja eigentlich ist es total unlogisch die Zelle da vorne rechts kann ich da vielleicht mal kurz rein in die Ausnüchterungszelle was wollen sie denn da sind sie etwa betrunken weil der Stein könnte hier überall sein sie müsste eigentlich das ganze Gebäude abreißen von daher ja ich bin sternhagelvoll ach ja dann hauchen sie mich mal an sie sollten vielleicht mal ihr Mundwasser wechseln aber Zelle nicht dass ich will sehen Sie weil schön dass wir mal drüber hallo ich ja die Zelle so probieren wir halt mal alle Lut na dann überlegen äh ja oh toll der Zoo hat der Zoo hat noch geschossen oh ne unser Freund ist weg der ist sicher ein Mitglied von Puritas Kordis ich hab hier noch keinen Stein wieso geh ich eigentlich hier rein dann gehen wir mal zurück zur Metro ich muss mich doch betrinken damit ich in die Ausnüchterungszelle darf hier lutscht dran äh ich bräuchte Wasser bevor ich den Brunnen verstopfe sollte ich vielleicht erst mal schauen ich schalte den Brunnen ja gut ja schneller das muss ich nicht nochmal sehen passiert nichts oh ich schalte nein lass ihn doch an die macht mich fertig einfach ich sollte mir eine andere Möglichkeit einfallen lassen die brüchige Farbe von der Decke zu ja ich sollte mir modz 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 ja bist du so eine Möglichkeit gefunden hast du es auch Ende da kannst du auch gleich so machen Nein, bleib da! Das Uhrwerk gehört... Wozu soll ich eine Uhr wieder zum Laufen bringen, die eh gleich wieder stehen bleibt? Die... Ah... Ich hab immer noch den Elise-Brief dabei. Hier gibt's aber auch sonst nix. Oh Gott, ey. Teddy! Teddy! Oh, jetzt hol doch da einfach Wasser. Nimm den Dreck mit. Stell die Katze hin. Regenschirm. Äh... 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 Kann ich mit den Enten vielleicht irgendwas machen? Ich werf'n Teddy nach innen. Okay, ich hab' keine Ahnung. Fragen wir ihn noch mal. Es gibt da noch... Klar. Ihnen müsste... Ja. Haben Sie... Na ja, darf... Ich habe erstens... Der Regen auf... Ja. Solange ich die Wahl hab. Warum hab... Hab... Kann ich mit dem Schnuller den Auspuffer stopfen? Nein. Friedhof, Gefängnis. So. Gehen wir nochmal ins Gefängnis. Gibt's ja jetzt auch nicht wirklich so extrem viele Möglichkeiten. Kann ich den Mülleimer nicht irgendwie in Brand stecken oder so? Polizistin aufspießen. Äh... Hier gibt's aber auch nicht sonderlich viel. Ich rede nochmal mit der guten Frau. Hallo, ich... Ja? Ja, Zölle. Ich... Ja, ach ja? Sie sollten... Ah... Komposthaufen. Nichts mehr zu... Quark. Quark. Da ist auch nichts mehr Interessantes. Oder? Oh Gott. Kann doch nicht so schwer sein. Äh... Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Da kann ich nix machen und da kann ich nicht wirklich was machen. Also, ist schon ein bisschen blöd. Da kann ich nicht... Äh, nein, nein, nein. Ich weiß, wie wir vielleicht in die Gefängniszelle kommen könnten. Ja, ich will doch gerade... Ich will doch gerade, dass ich in den Knast komme. Ach, da ist ein Fenster? Oh. Wunderschön. Ein netter Plan. Ich lege ihn auf den Minutenzeiger und ziehe die Uhr auf. Wenn der Zeiger dann weiter wandert, das Problem an der Sache, ich würde das Auto damit wirklich besch... Na, ich will es doch wirklich beschädigen. Ein netter Plan. Auf den Minutenzeiger legen und die Uhr aufziehen. Das Problem an der Sache, das Ding ist zu leicht und würde die... Ja, aber wenn ich unten bin, dann kann ich natürlich nicht mit dem Schnuller ans Auto, weil es dann heißt, das würde die Alarmanlage auslösen. Ein netter Plan, das Problem an... Mach mich fertig, äh... Gar keine so schlechte. Ich muss nur sicherstellen, dass... Wunderhässlich. Äh, genau. Mit nem Alibi. Wie versorge ich denn die Nina mit nem Alibi? Ich schalte den Brunnen. Nicht den Brunnen. Ach so. Ja, 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 okay, klar. Ja, 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 ja. Ich brauche jetzt ein Alibi. Äh... ...ein tefischer Plan, der mich vermutlich viele Sympathien kosten dürfte, wäre das... Aber leider ist das hier kein Spiel, sondern bitterer Ernst, und ich muss die... Hallo, Sie warten noch immer? Ja, hoffentlich haben sich meine Freunde nicht verfahren. Was? Das ist doch... Mein Auto wird geklaut. Äh... Mein Auto. Halt! Wartet, ihr fahrt in die falsche Richtung. Ihr müsst doch hier abbiegen. Halt! Die sind aber auch ziemlich schnell unterwegs. Jetzt bin ich komplett durchnässt. Das nennt man dann wohl Kettenreaktion. Äh... Es ist eine Katastrophe. Wie mein ganzes Leben. Eine einzige Katastrophe. So schlimm, dass Sie Ihre Freunde verpasst haben? Meinen Sie nicht, dass Sie den Weg trotzdem finden werden? Ja, vielleicht. Aber es geht ums Prinzip. Mir will einfach nichts gelegen. Oh, vielleicht bringt das sich um. Ach, Kopf hoch. Es kommen auch wieder bessere Tage. Darauf warte ich schon seit Jahren. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich brauche mal ein paar Minuten für mich. Der ist ja völlig fern. Ich sollte ihm folgen und aufpassen, dass er keine Dummheiten macht. Ich brauche mal ein paar Minuten für mich. 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 Vielen Dank.